Ja, ne, nochmal Flammschlund. Dann kann er ja trotzdem nochmal seinen Stab bekommen. Ja, hoffe ich mal. Ich glaube, wir wollen auch mal weiter durch. Ja, er hat seinen Ansprung, Alter. Oh, oh. Alter. Wow, 410. Imba. Yeah. Dass die Mobs auch einmal so lange leben, dass ich auch meinen 5-Combo-Punkt raushauen kann. Ich habe immer gerade 5-Combo-Punkt und dann sind die Mobs tot. Boah, ein Kack. Und wieder. Mach nur weniger Schaden, bitte. Du fährst doch hier am meisten, oder nicht? Nein, ich. Ihr beide wechselt euch bei mir hier irgendwie die ganze Zeit immer ab. Weiß ich nicht, ich habe keinen Recount. Nee, ich habe Skada. Nee, ich auch nicht, ich habe Skada. Haha. Na, jetzt ist bei mir gerade Liga vorne. Weil das arbeitet auch irgendwie genauer, ne? So. Finde ich. Finde ich. Die erste arbeitet nicht genauer, die fangen bloß bei der Unterschiede an, wann sie berichten. Dann kommen halt immer andere Zahlen raus. Katz ist im Low-Level sowieso OP. Und später auch, wenn sie ge-geared ist. Na, wenn sie PvP ge-geared ist, also Arena ist ja okay. Naja, aber Farrell muss man spielen können auf High-Level. Ist ja useless. Nee, das ist ja aber auch nicht, nicht, nichts, äh, dolles, ne? Also, du hast ja dein, dein, deine Blutung drauf und dann läuft das eigentlich schon. Ja, nee, das ist ehrlich gar nicht so leicht. Kommt drauf an, also. Also, ich kann, wenn das spielt, Farrell. Also, das ist gar nicht so leicht, wirklich. Also, wenn du es gut spielen willst, dann. Das kommt doch nachher auch nur auf deine Munsterie drauf an, wie viel, äh, Munsterie du hast, um die Höhe, also, dass du, äh, na? Okay, im PvE ist Farrell retarded. Dein, dein... Schreitern, 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 schreitern. Und im PvP kannst du auch nochmal richtig heftig mitheilen, als Farrell. Das stimmt. Ja, ich habe jetzt das Farrell, ja, also, überhaupt, wo du jetzt im PvP was Heilung angeht. Ja? Ich hatte... Ja, wurde ein bisschen genervt, aber, keine Ahnung, von dem Nerf merkt man nichts. Mit einem, äh, Kollegen, also, wir haben Smash, das ist ein Barry, und mein Farrell, äh, Arena gemacht, und da hab ich ihn nochmal 168k hier gedrückt. 1.000... Als Eule machst du 400k Heilgrids mit. Herz der Wildnis und NS. Ja, aber Eule, das ist auch schon echt heavy. Ja, Herz der Wildnis hier, dem wird es nur noch 50% der PvP machen. Ja, es ist trotzdem krass. Erstmal richtig schön weggegriffen, den Boss. Ah! So, ich bin jetzt aber erstmal auf für heute. Okay. Wünsche euch noch viel Spaß. War gut, danke schön, danke fürs mitmachen. Ja. Gerne, gerne, dann werde ich es dann noch nahe, das macht nichts zu weit, ja? Ja, ich denke mal, wir machen aber auch nicht mehr so lange. Und dann Facebook, ja, Vorty? Jo. Oder in-game. Ah, ja. Über Battletag oder so. Ja, wir sind ja jetzt in einer Gilde, und die, die nicht da drin sind, haben mich vielleicht in Battletag. Ja, ich könnte euch jetzt auch nochmal in Battletag nehmen, weil ich nicht unbedingt immer hier online sein werde, sondern auf Egwenn. Mein WoW-Online, sobald ich dann sehe, dass du auf den Scher einloggst. Ja, weil ich gucke auch nicht so oft auf Facebook. Dann schreibt ihr doch einfach in eine Notiz. Äh, von uns, dass wir die... Ja, vielleicht kannst du dir die Namen auch so merken, wer weiß. Hab ich den Ginko jetzt irgendwie drauf? Hm, nee, aber es liegt ja... Warte mal. Ah, ich liebe Dudu. Halt, Maul, Mann. Du machst voll viel mit mir Schaden, Mann. Ich will auch so viel Schaden machen. Mann, du Sack, du überholst mich immer in den letzten Sekunden. So, ich hab dir eine Handfrage verschickt. Jo, alles klar. Jetzt aber der starb, ich weiß es. Nee, der starb droppt nicht. Der hat natürlich die dreckige Ringe Dropshank. Ich kann dir mal nachschauen. Für dich. Also dann bis die Tage, gell, macht's gut. Gute Nacht. Tschö, ciao. Ciao. Also wie gesagt, das TS, das könnt ihr auch gerne so nutzen, ne? Also... Ja, ich hab auch einen wilden TS, natürlich auch den ganzen Tag über. Und, ist er gedroppt? Nee. Ja, schade. Hä? Aber dieses Mal was anderes. Oh, ich hab 18. Ja, ich hab 18. Ich hab 18, ja. Jetzt hab ich Wasser gestellt, ey. Ich hab doch noch irgendwas bekommen, oder? Na, kann ich. Oh, wildes Brüllen. Nice. Na, aber warum ich denn umhinein? Und wir Mages haben hier nur die Himmel-Explosion gekriegt, ne? Ja, der frisst ja gar keinen Mana. Ja, das ist also im Low-Level, das ist ja wirklich nichts. Also, bevor... Also, die Global Cooldown hat sich das schon wieder gereckt, dann, ja. Aber ich mein, Hexer im High-End-Bereich da, und, äh, der frisst ja auch nichts an Mana, ne? Also, du hast ja wirklich, hast du... Du läufst ja die ganze Zeit mit 100% rum. Ist so, klar. Ja. Ist so, regt ja auch, äh, 100% Mana irgendwie jede Sekunde. Wollen wir jetzt nochmal BG gehen? Na, komm, darf man mal da irgendwie nicht durchstarten. Aber ich bin noch so OP, bevor es mal uns gibt. Was Flagge an. Ah, nice. Ich hab, ich hab'n Gürtel mit Crit-Ausdauer. Ja, eine, ich steh' mir da noch lau ruhig. Ja, wenn's da gerade angebildet. Wenn's Dingens ist, dann bin ich Level-Up. Also, auf 20. Wie gesagt, ich bin nochmal ganz schnell auf Klo, bevor ihr da losrennt. Oh, lol. Man kann hier noch hoch, wo früher der Boss war. Der eine. Der fragt, aber der steht da nicht mehr, oder? Ne. Ne, vielleicht ist da, ja, ein Easter Egg oder so. Ich schau' mal. Nimm da irgendwie so eine Änderungs-Steine, könnte ich mir sogar V-Steine. Okay, nein. Da ist nichts. Oder? Du musst halt nur annehmen, ne? Ja, ich nehm an. Ja, HDW. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf 20. HDW ist die geilste Inni der Welt. Also, früher war die, ähm, sehr lang. Jetzt ist sie cool. Also, äh, Rushman einfach nur durch. Ja, damals hast du noch länger gebraucht. Naja, ich glaub' mein Krieger wird, der Krieger wird im PvP erst richtig OP, auch wenn er Verwüsten bekommt. Weil damit baue ich mir auch nochmal Mana auf. Ja, Verwüsten macht ja nicht so viel Schaden. Ja, da baue ich mir aber nochmal Wut mit auf. Gott, nein. Das macht aber keine Wut, also. Alter. Es kostet keine... Oh. Ich versuch' dir nochmal was. Oh, Scheiße. Da bist du, wenn... Wärst du weggerannt, hätte ich dir das abziehen können. Ja, halt, der Ding ist ja eh direkt vorm Eingang. Wir sind ja schon wieder am Leben. Jetzt ein Divi hat bald, wie die warme. Jetzt geht das Questen hier los. W-W. Okay. W-W. Okay. Ja, mit gut. Oh, Scheiße, ich sollte mich heilen. Oh, Scheiße. Ja, ich komme. Komm. Hätte ich mir einen Shadow angefangen. Er ist auch gleich ein Heal-Paller. Äh, Heal-Free-Striker. Hallo. Hallo. Einfach als Disci spielen. Ja, das ist im 70er-Arena-Bereich, ist das okay. Du kannst, im 70 kommst du einfach mit, äh, musst du einfach nur ein bisschen Gier haben, dann. Äh, lass mich hier bitte hier. Mein Kumpel hat, mit 70er-Arena, hat er mit einem Ruin, also er als Ruin und ich weiß nicht, was er zusammengezockt hat, hat er irgendwie 2K-Rating oder so. Ja, das ist total einfach, das ist total lächerlich. Da holen die sich auch alle ihre VZs her. Ja, und ihre Gladiator-Titel. Ja, ne, die gibt's ja auch nicht. Ja, ne, die gibt's ja auch nicht. Oh, ich halte dich mal. Gibt's noch ein bisschen Akku, ich komm mal hoch. Die gibt's richtig viele Pflanzen. Hey, komm mal hier. Rech mich jetzt an. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Juhu. So. Das hier, hätt ich jetzt gesagt, ja, okay, ich hab kein Level-Shield mehr, hätt ich mir das jetzt mitgenommen, aber das ist mega unnötig. Den Level-Shield hast du ja eben erst geholt, ne? Ja. Was geht denn da oben hin, da müssen wir doch gar nicht hin. Da oben? Da oben? Ja, da kommen wir doch eh später. Egal. Und, ähm, hier bekommt der Droide auch so'n kleines Set. Ja, so'n... Oh, ich komm da leider nicht hoch. Wieso kann ich da nicht hochtrumpen? Achso. Gehen wir den Weg, der kürzer ist oder schneller ist, okay? Ja, lass erstmal hier lang gehen, zu den... Mein Bag ist voll... Also, die normale Route. Ich kann hier die ganzen Kräuter nicht looten. Ach, nee. Und wo laufen ihr lang? Die lau... Lass die mal, lass die mal, die laufen schon richtig. Okay. Ich war nur, ich war nur schon so lange nicht mehr in der Indie. Äh, wir laufen gerade den... ...regulären Weg. Oh. Wenn man das so nennen kann. Äh, Gear, ne? Bedarf? Ja, ja, Gear. Ich mach Gear. So, ja, loja. Ja, ich brauch den eh nicht, ich hab ja Gold auf diesem Server. Äh, ich nicht. Deswegen... Na, komm. Ja, ich hab den jetzt Bedarf, dann lass nochmal rollen. Halt nochmal einfach mit... ...rollen. Ist doch egal, einigt euch, wer die haben will und fertig. Ja, aber der Geer braucht Flutsicht. Ich, ich passe. Na, ich hätte ihn gerne, weil ich nur sechs Platztaschen hab. Hast du, hast du schon, hast du komplett alle sechs Platztaschen, oder? Nee. Ich hab, eine fehlt mir noch. Ja, aber ich hab, ich hab gar keine Tasche deswegen. Ja, dann behalte sie. Ich hab auch nur eine sechs Platztasche, aber egal. Ja, ich hab gar nicht mehr. Ja, wir wollen ja auch fair sein, ne? Und nicht alles für sich haben wollen. Ja, sie kommen ja immer nur. Das war Fail eingesetzt. Niraks. Ja, was war Fail eingesetzt? Irgendwie waren deine Booster hier bei mir nicht richtig. Bei mir wirst du vielleicht einen Zentimeter gelaufen. Wenn so lange gelaufen ist, das Ding wird weg, aber das hält ja nur 1,5 Sekunden. Ist ja ein Boss sogar. Du greifst ihn einfach so alleine an. Passt schon, bin OP. Ja, ich sehe. Nein. Das ist die letzte, die ich brauch. Also jetzt könnt ihr euch drum schlagen. Boah, 1,7k, Chris. Boah, dein Ernst? Ja. Ich krieg vielleicht mit 400 oder so. Mit 5 Punkten. Maximal. Ja, ich hab auch gerade eben mit Execute 1,2k gemacht. Beim vorherigen Boss da bei F an Schlumpfschlauen. Ach, ihr seid doch alle OP. Ihr cheated. Nicht. Aber wir, Forti, weiß ich, was mir gerade einfällt? Ne. Wir bekommen leider noch kein Geld für die Gildenbank, oder? Nein, erst ab Level 7. Genau. Ab einem bestimmten... Ja, war geil. Wir Geld aus Schloss auf der Gildenbank haben und so. Ich hab gerade gar nicht mehr. Der Bike. Oh nein, ich muss einen Redock machen. Dann mach das. Evi mag mein Pet gerade nicht kämpfen, ich weiß nicht. Warte auch jetzt. Wie einfach alle Untroute sind außer unsere Katze da. Ja, solche Untroute... ...Druide. Das ist so eine Katze. Das ist doch Hammergeil, Untroute, dann Katzengestalt und eine Skelettkatze. Ähm. Ja, stimmt. Äh, äh, stell euch mal Goblin-Blues vor. Was hätten die wohl für Gestalten? Das will ich gar nicht wissen. Bestimmt sind auch Roboter... Katzen oder so. Roboter-Katzen. Ja, um was ja logisch denken. Ja, dann... Auf jeden Fall so eine Mecha-Katzen. Als Fluggestalt haben die einfach so einen Helikopter auf dem Hut. Ja, Mann. Ja, es sollte doch mal als Inge-Mount diese, äh, Kralle geben. Diese Himmelskralle da. Die aber nie auf dem Live-Server gekommen ist. Obwohl, die gab's auf dem, äh, Arena-Pass. Warte, was finde ich das? Das war einfach so ein, äh, so ein Helikopter über deinem Kopf. Himmelskralle? Äh, 40 Rush 4 nur, also. Tschö. Ja, ich wollte eigentlich dieses blinkende Etwas looten, aber... Hm. Ich war so gierig, so eigentlich. Alte Ninja-Loot hier. Blinkende Etwas! Ja. Rezept. 18, yeah. Ich hab schon wieder irgendwas Neues gekriegt. Ja, Seelenstein, wer will einen? Ich. Wer will einen, wer hat noch nicht? Marc Seelenstein. Ich würde sagen, ich würde sagen, mal den Druiden, weil der Druiden ist der einzigsteig, der Rätsel kann. Das wäre eine Idee. Das hat mir selber gegeben. Mit dem Seelenstein kannst du auch Tote wiederbeleben, ne? Ja, aber nur wenn du auch überlebst und aus dem Kampf bist. Ja. Ist mir egal, was für andere Werte drauf sind, Hauptsache, das hat mehr Ausdauer als meine anderen. Tams. Ich ging zu dir. Boah, wildes Brüllen ist voll nice, ey. Aber wer fällt jetzt? Wer fällt jetzt? Wer fällt jetzt? Ich war sogar ohne, äh, Dingens. Ohne wildes Brüllen. Bring nicht vergessen. Ups. Gestern erst wieder einen gehabt, der gefehlt hat. Ja, es ging erst einmal auch so, aber da sind alle vier direkt runtergefallen und alle vier gestorben. Da hab ich mir auch noch was. Ohne wildes Brüllen. Ohne wildes Brüllen. Ich war ja schon, ich weiß nicht, seit Jahren nicht mehr hier drin, glaube ich. Was? Ach, kacke. Was? In Schlaf. Schlaf kommst ja mit der Untotenfähigkeit raus. Ah, ich bin nur leider kein Untoter. So. 1XE. Der 1XE. Dafür hat er eine bessere Volksfähigkeit. Ja, Kampfraumschlaf. Die Untotenfähigkeit ist die beste. Also, bei heute. GZ zu Level 19. Ja, danke schön. Ja. Guck dir mal Alice an, bitte. Menschen. Ja, weil der Verlassung ist aber echt gut. Die sind ja mal übel, äh, bevorzugt worden, ne? Geht. Also können mit Double Damage Trinket spielen und... Boah. Was hat die Horde? Ja, die Horde hat die ganze PvE-Rasse. Naja, Worgen ist ja auch keine PvE-Rasse, ne? Der hat ja noch... Tod und, äh, der Schlaf, äh, Ding ist noch durchgegangen. Oder irre ich mich da jetzt. Was hat Worgen? Crit, ne? 1%. Äh, ja. Worgen ist die beste PvE-Rasse. Ja, finde ich nicht. Ich finde Trolle und... Trolle und Orcs sind die bis PvE-Rasse. Trolle... Ja, Tempo. Ja, und Orcsring hier hat Zaubermacht oder halt Angst. Ja. Viel Zeit. Wieder bei Leveler schon gekommen. Boah, schon Level 19 halt. Nee, das ist meine Blume. Ah. Klatsch. Boah, ich hab ja Mastergestalt. Die kommen jetzt endlich mal zum Einsatz. Wort hier als Batman unterwegs. Yeah. Ich bin Batman. I'm Batman. Ne, 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 ne. Batman ist cool. Falls ihr das eine Video gesehen habt, ich hab sogar ein Käppi von Batman. Ja. Ja, stimmt, hast du. Batman ist echt cool. Ich hab alle Filme auf DVD oder Blu-Ray. Alle. Äh, sieben. Ach, wir müssen eh da unten lang, ne? Wir sind echt schlau. Obwohl, stimmt gar nicht. Nicht alle. Aber fast alle. Ne, es gibt aus den 40er Jahren auch Batman-Filme. Die hab ich nicht. Mit dem alten Bat-Mobil. Das irgendwann zerstellt wurde. Das stimmt nicht. Das besitzt einer in den USA. What the fuck? Müsste eigentlich sogar noch ein paar Schlankschlaumen-Farm. Ich hab leider noch... Ja, es sind genug in der Inni. Ja. Hoffe ich ja. Ja. Wir haben schon wieder 1,4K, ey. Und Seger rennt einfach nur nach vorne. Ja, unser Ferry macht das irgendwie hier so alles alleine. Wenn ich's kann... Wir brauchen noch... ...6... ...ja, fast 6 Millionen nur noch. 6 Millionen? Ja, für die Gilde, für Level Up. Achso. Aha. Nein. Ja, Level 2 wird uns ja einen kleinen Boost geben, ne? Kennt ihr das? Ja. Wenn ihr mit irgendwelchen... ...mit irgendeinem Freund questet... ...und da immer dieser Kampf ist, wer zuerst die Quest-Items lootet. Nicht machen. Voll nicht. Ja, Mann. Juhu. Geht's jetzt? Weil kann ich reiten. 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 Kein Ruinschimmer, Mann. Es verfehlt die ganze Zeit. Kann nach der Indie kann ich reiten. Leute. Was für mich, ey. Kann ich das haben? Ist ein Dodo-Set, oder? Ist ein Dodo-Set, glaube ich, oder? Obwohl er jetzt Dodo-Set tatsächlich hat. Ja, Dodo wegen Infilien. Dann nehme ich das mit. Falls ja immer langweilig ist, wenn du ein Style-Gear brauchst. Ah, du hast'n Scheiße. Nein, ich hab's gar nicht gelootert. Es ist okay. Nein, nein, nein. Bist du was Geiles? Ja. Ja? Was denn? Nein. Nein, sag. Ich darf heute endlich mal wieder seit fast einer Woche in meinem eigenen Bett schlafen. Oh. Oh, hier sind Hantschüe getroppt. Geil. Da droppt ja direkt das ganze Set, ey. Boah, die sind sogar besser als meine. Hab' ich noch nie gesehen, dass das ganze Set getroppt ist. Scheiße, das ist jetzt in meinem Post. Eigentlich wird es immer noch das Beste. Mein Inventar war voll. Eigentlich wird es immer noch das Beste. Mein Inventar war voll. So können wir doch öffnen. Die Erbstück in sie? Ja. Die war, die war, hatte fünf Minuten Cooldown. Ach, ey. Ihr seid alles Ninja-Lose, ey. Ich brauche immer noch zwei Schlangen-Flaume, ey. Da bestimmt alle. Da haben alle bestimmt schon 300, ey. Das ist los und genau. Haben wir erstmal einen Bauschal hoch. Du siehst sie bestimmt nicht. Wenn ich hier auf meiner Karte einfach nur mal gucken, wie viele Blumen hier sind, ne? Ich seh' die ja immer bei... Vorne rechts ist einer. Irgendwer kommt immer angelegt. Rechts ist einer. Ne doch nicht. Oh, das ist eine Wertwurzel. Nuten. Lässt mich die Agro behalten. Kräuter kommt im Skill nebenbei. Ich find das Caster-Camp hier hinten immer am geilsten, ne? Puh. Das was? Caster-Camp hier hinten. Wo wir mal stehen. Weißt du, sowas droppt wieder, was ich nicht brauche, ey. Scheiß. Ah, ich brauch noch zwei Blumen. Wir können uns auch einfach raus und rein porten, ne? Ja. Ja, wir sind auch mobil. Ja, wir müssen da jetzt oben lang, oder? Zurück, oder? Wir können uns raus und rein porten, dann sind wir direkt im Eingang. Wie wär's? Aber wir haben die... Achso. Wir müssen jetzt eine neue Quest annehmen, richtig? Für den Endpost. Ja, wir können aus dem Dungeon teleportieren machen. Ja, ich weiß. Aber laufen macht grad Spaß. Okay. Dann habt mal Spaß am Laufen. Ich bohrt mich. Jetzt kann ich die eine Quest nicht abgeben, ey. So ein Scheiß. Wartet nochmal auf die anderen, bitte. Und ich hab kein Level Up. Sie waren halt auch noch kein Level Up. Ja, ich kann aber auch noch zwei Blumen sammeln. Hier unser Kräuterkunde, Heini. Äh. Sag mir, wo die Blumen sind. Hier jetzt grade nicht. Hehehe. Ey, was ist denn Flammenschein? Der 30er Skill ist denn neu? Ne, den gibt's schon langer. Den hat man noch nie gebraucht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Da ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht immer Eisbarriere oder temporäer Schild. Geht's denn? Hm. So. Ah, da ist noch ein Blumen. Recht ihr den an? Ach ne, halt. Gibt's hier nicht noch ne Quest? Ne. Den letzten Boss gibt's keine. Ne, das ist nur so ein kleines Event. Der Boss droppt aber so ein Quest-Item, was man irgendwo abgeben musste. Ne, der droppt das Item zwar noch, aber die Quest dazu gibt's nicht mehr. Wie heißt der? Dieser schimmernde Kristall da. Schimmernder Kristall heißt das. Aber dafür gibt's keine Quest mehr. Hier voll der längste Item. Blume. Boah, ich bin auch grad voll am Gehen. Uiuiui. Entschuldigung bitte. Ich lauf hier grad durch so ne richtig enge Spalte. Königsblut hier. Ne, enge Spalte. Ne. Tch. Tch. Hört auf. War richtig schlecht. Hier muss doch irgendwo noch was ein ey. Einer. Wenn ich hier voll allein gelassen werde weiß, dann muss ich hier die ganzen Mobs töten. Ihr wisst schon, hier kommen auch noch andere Mobs, ne? Ja, das brauchen wir einfach mal. Die greifen. Die Arschkinder. Die haben aber auch 110 Eingangskraft gelesen. Nein. Arschkinder, sowas will ich hier aber nicht hören. Ey, ich hab 5 Gold. Ich hab 5 Gold. Ich muss nicht tauchen, denn jetzt soll der Kumpel. Ich hab 200 Gold. Und du? Ich hab 200 Gold. 6. Habt ihr eigentlich's gesehen? Wir haben Wappenrock. Ja, hab ich auch schon an. Der ist sogar gestylt, aber naja gut. Ich mein, das war jetzt irgendwie auf die Schnelle zusammengelegt. Also hier sind irgendwie keine Blüten. Kann nur... Ja. Doch, da hinten ist ja eine. Aber wenn mir wer denn... Ja, wo lauft hier hin? Ach, lol. Der NPC ist ja erst da. Das muss. Obwohl gar nichts los ist. Also ich würd mich auch gern mal über Hände freuen mit Intelligenz oder sowas. Oder Füße, weil ich hab hier noch mit Gegenstand Stufe 5 Sachen an. Ja. Ja, hab ich auch. Ja. Brauch nichts mehr. Dafür hab ich keinen Hals und keine Finger. Dafür hab ich keinen Hals und keine Finger. Dann muss ich die Queste abgeben. Aber wir müssen ein bisschen abgeben. Nee. Du für 20. Du bist jetzt. Danke, danke. Dann können wir ja gleich schon 20er Beers machen. Aber ich hab... Oh Gott, ich sterbe. lol. Oh. Lol. Wieso bekomm ich als Dudu automatisch äh Reiten? Was ist da los? Wieso bekomm ich als Dudu automatisch äh Reiten? Ach ne, da steht nur freigeschaltet. Ich bin der Meinung, es bekommt jeder direkt. Ne, es bekommt nur die Klassen, die eine Klassenmount hat. Du kannst, wenn du Level 19 bist und fast Level ab bist und in ein BG reingehst, als Hexer oder Parler, kannst du dann direkt im BG reiten, wo alle schon direkt sind. Scheiße. Kann man eigentlich meine Tastatur? Ähm, retzen? Kann man eigentlich meine Tastatur? Ne, ich will. Kann ich mich retzen? Äh, ich retz dich, warte. Gar nicht. Was hab ich denn da? 2K live. Ich hab zwei Hörner hier, könnt ihr sehen? WTF. Ja, das ist wegen deiner Passiven, wenn du die Energie drauf willst. WTF. Cool. Das wusste ich gar nicht. Sieht voll abgefahren aus. Ja, und wenn du die Energie dann irgendwie voll hast, fängt es ja auch noch so an zu leuchten und so. Na klar. Gibt's dafür nicht eine Leistung, weil ich hab jetzt gerade X-Bowl an? Ja, eigentlich unter deinem Bild eigentlich. Ja, hab ich jetzt gerade nur nicht an mit X-Bowl. Müsste ich mir gleich mal schauen. Da hast du doch Handgelenke. Ach so, und Windkraft. Ja. Kette. Ach so. Ach so, Kette. Ich guck schon gar nicht mehr, was er robbt. Ich klicke immer auf Abbrechen. Ja, ich mach das nur wegen dem Gay. Mein Inventar ist voll, ich muss mir gleich mal Taschen kaufen. Ja. Ich hab nur leider kein Gold. Oh. Muss ich wieder schlagen. Hier gibt's sowieso keiner was. Leider. Außer der Hunter, da gibt's immer so eben 10 Gold. Ich hab mich dafür auch prostituiert wie meine Hu. Was ist eigentlich mit dem Hunter, der ähm, äh, mit dem... Offline. Offline. Der hat einen live und stirbt nicht. Der ist offline der andere Hunter. Der muss wahrscheinlich in die Haier. Wie spielen wir denn jetzt schon? Sehr länger. Und fast 3 Stunden oder so? Nee, hatten wir vorhin schon noch, als wir... Was? ... im Irisfall waren, hatten wir schon 3 Stunden. Ja. Also wir haben ja irgendwie... Wir haben jetzt insgesamt 5 Stunden. Halb 14 Minuten. Ja, also ich hab schon 4 Minuten. Ich dachte, wir haben erst um 22.30 Uhr oder so angefangen. Nee, nee, 20.30 Uhr sind wir gestartet mit dem Fest. Mann! Der Dauer-CC-t mich. Ja, ich hatte meinen Char ja schon um halb 8 erstellt. Bäm. Bäm. Bäm, das war funny. Wir kriegen ja die ganzen Guilden-Erfolge, ey. Ja, ist so geil. Ja. Hier, Schlafschultern. Braucht wer? Aaaaah! Die Handgelenke. Die Handgelenke. Die mach ich bald mal in Bedarf. Also... Kann auch jeder andere Match machen, ne? Ich hab 2000 Leben. Nee, die sind ja eigentlich so von... Haben halt nur ein bisschen mehr Rüstung. Und... Ah, jetzt kann man Klassenquests annehmen. Auf 20. Lernt reiten. Ich will mir jetzt erst mal reiten. Ja. Ja, und Klassenquests hole ich mir. Wo lernt man denn reiten? In welchem Gebiet? Äh, da kannst du eine OG machen. Ja, wo? Achso, oben, ne? Ja, im Tal der Ehre. Oben. Ja, oben. Wow. Äh, nicht oben? Also oben musst du oben reiten lernen. Oben musst du reiten lernen, ja. Hoffentlich hab ich genug Geld. Ja, oder im Tal der Ehre. Bei dem... Hunter... Ich habe gerade einen richtig geilen Gürtel bekommen aus dem Beutel. Wie geht's? Der Typ hat seine Reise gestellt. Äh, mein Invital ist voll. Ich hab meinen Beutel wahrscheinlich im Briefkasten. Ja. Postmeister. Ja, das wär ein geiler Titel. Postmeister. 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 Postmeister 40 Postmeister 40 Ich will den Titel hier die Katzenlady haben, aber ich will zu faul,untaib porn. cho muerte farma, was müssen wir dafür machen? Da muss ganz viele Katzen als Haus49� fatmen, alter. Of no... ...ww Полto